Wow, das Video ist nicht gut gealtert. Sonic Colors Ultimate ist draußen und es bekommt tatsächlich ziemlich gute Reviews. Game-Journalisten finden das Game echt nice. Sonic-Fans auf der anderen Seite sehen das etwas anders. Ja, sogar die sehr optimistischen Fans wie ich. Das ist so traurig, ich meine, wie kann man ein Remake einfach verscheißen? Remake sollte wirklich so eine Sache sein, die man eigentlich nicht verscheißen darf. Wie kann man das verkacken? Der Sonic-Cycle hat also mal wieder zugeschlagen. Ganz Twitter schiebt sich gerade darauf ein, Colors Ultimate zu bangen. Und ich muss ehrlich gestehen, es ist berechtigt. Sonic Colors Ultimate hat auf jeder Plattform seine ganz eigenen Probleme. Die Switch allerdings ist die schlimmste. Was ironisch ist, weil es ein Remaster von einem Nintendo Wii Game ist. Ich meine... Oh no! Die Sache ist die, es gibt so viele Bugs in diesem Game, die herausgefunden wurden. Aber einer der häufigsten ist eine Korruption der Save-Files. Heißt, bei 100% Completion löch das Spiel sich praktisch selber. Beziehungsweise die Chance besteht. Und die ist nicht gering. Und jetzt will nicht mal ich das riskieren, dass ich das Spiel zu 100% durchspiele. Nur damit es dann am Ende sich selber löcht. Ich meine, das wäre reine Zeitverschwendung. Und das ist nur eines von vielen Problemen. Aber bevor ich die ganzen Probleme aufliste, möchte ich kurz sagen, ich liebe das Franchise. Und ich möchte eigentlich immer positiv gegenüber Sonic sein. Aber wenn es Sachen zu kritisieren gibt, dann muss ich das nun mal ansprechen. Also würde mich ein Like und ein Abo sehr freuen, um gegen die Leute zu wirken, die sagen werden, Äh, nein, Sonic ist perfekt. Dislike. Nutte. Fangen wir mit dem ersten Glitch an, den ich jemals gesehen habe. Und zwar war ich auf Twitter am Scrollen und sah plötzlich diesen weirden Seizure Sonic Glitch, welcher Sonic erst zu, keine Ahnung, Hyper Sonic werden lässt und dann zu einem Fisch? Wow. Hey, immer noch besser als diese hässlichen Jaguar-Schuhe. Um diesen Glitch zu bekommen, müsst ihr auf der Switch-Version schnell zwischen den Welten oder Leveln hin und her switchen und irgendwann tritt er dann einfach auf. Als Dexas-Problem haben wir die Credits, welche einfach mal dick über 30 Minuten lang sind. Und vor allen Dingen hört die Musik auch noch ab der Mitte auf zu spielen. Was? Manchmal, wenn man das Level startet, ist Sonic einfach nicht zu sehen. Und das Witzigste daran ist, das passiert jedes Mal tatsächlich bei Starlight Carnival Act 3. So kleine Bugs wie das zeigen einfach, dass sie sich absolut nicht gejuckt haben. Kommt schon. Das ist jedes Mal. Habt ihr das Game überhaupt geplaytestet? Das Beste daran ist, dass die Fans es einfach in drei Handgriffen gefixt haben, ey. Oh Mann, Alter. Außerdem gibt es noch diesen Funky Seizure Glitch, wo alle sagen, oh Gott, epileptischer Anfall. Die Sache ist die, ein Kumpel von mir ist Epileptiker und er meinte, das würde seine Epilepsie absolut nicht triggern, da es nur grelle Farben sind und nicht irgendwelche, die flackern oder ähnlich ist. Aber es ist nochmal ein schönes Beispiel, wie verbuggt dieses Spiel eigentlich ist. Auch der Glitch tritt auf, wenn man schnell durch die Level hin und her switcht. Und ich frage mich hier auch wieder, wie das nicht beim Playtesten aufgefallen ist. Irgendwie erinnert mich das ein wenig an dieses eine Anime-Musikvideo, was damals alle irgendwie kannten. Was allerdings tatsächlich Epilepsie triggern könnte, sind diese flickernden Lichter in Starlight Carnival, wenn man das Spiel im Handheld auf der Switch spielt. Ich meine, Bro, Sega, was tut ihr? Vor allem zieht sich das durchs ganze Level und nicht nur bei einem Part. Also, das ist legit gefährlich. Ein weiteres Problem, welches mich selber sehr gestört hat, ist das Sound-Mixing. Die Sound-Effekte sind viel zu laut. Genius! Oh, ist das laut, Jesus Christ. Wollen Sie die Sound-Effekte noch ein bisschen mehr lauter machen? Okay, reicht. Und die Cutscenes sind insgesamt viel zu leise im Vergleich zum Game. Ich musste bei meinem Stream immer aktiv die Lautstärke radikal hochschieben, sobald die Cutscenes kamen, damit man überhaupt irgendwas im Stream hören kann. Dann bleibt manchmal beim Result-Screen die Musik einfach weg und auch bei der Nutzung von Wisps passiert das Ganze gerne mal. Wie kann es eigentlich sein, dass in allen Sonic-Ports, sei es Adventure 1, 2 und auch jetzt, es immer zu Sound-Mixing-Problemen kommt? Irgendwie ist Sonic doch verflucht. Und eine Sache, die ich hasse, ist warten. Und dieser Port hat eine der schlimmsten Ladezeiten von allen Sonic-Spielen. Das Game kann sogar mit den berühmt-berüchtigt langen Ladezeiten von Sonic 2006 mithalten. Und ja, es lädt tatsächlich immer noch. Das hier ist die uneditierte, ungefilterte Version von den Ladezeiten. Akt 2 ist gerade fertig und Akt 1 lädt immer noch. Was ist da los? Dazu muss man sagen, das passiert eigentlich nur auf der Switch-Version. Ich habe in seltensten Fällen gesehen, dass das irgendwann mal auf der Playstation oder so passiert ist. Aber die Sache ist, auch wenn die Switch schwächer ist, hätte man das absolut besser optimieren können. Übrigens am Rande, Blind Squirrel Games hat gesagt, dass sie an den ganzen Sachen da arbeiten, an den ganzen Glitches und so. Allerdings haben sie keine spezifischen Bugs und Glitches genannt, sondern einfach nur ein, Leute, wir fixen das schon alles. Irgendwie, irgendwann, rauskommen. Dieses Statement wurde übrigens nicht mal von dem offiziellen Sonic-Twitter retweetet. Die haben bis jetzt nämlich gar nichts dazu gesagt. Nicht mal zu dem riesigen Save-File-Corruption-Ding. Ich hoffe wirklich, dass sie einiges fixen werden. Aber auch Team Sonic Racing hat nie die Fixes bekommen, welche die Fans wollten. Und jetzt werden sie sowieso den Fokus auf Sonic Origins und Sonic Rangers legen. Also bin ich mal sehr gespannt, ob sie da echt was dran machen oder es nur ein bisschen verbessern und die übrigbleibenden Bugs einfach ignorieren. Von allen Ports hat es die Switch-Version wirklich am schlimmsten abbekommen. Es war abzusehen, da die Switch die schwächste Plattform von der ganzen Hardware her ist. Aber noch dazu nimmt das Spiel gigantisch viel Speicher weg. Auf Twitter gibt es einige, welche andere Games löschen müssen, nur um Ultimate runterladen zu können. Das Spiel ist über 7 GB groß und der 1.3 Patch ist über 10 GB groß. Größer als das eigentliche Spiel. What the fuck? Und überlegt alleine, wie viele Patches sie noch dazu rausbringen müssen, um die ganzen Bugs und Glitches auszukurieren. Oh man. Ach und nur um es festzuhalten. Es gibt auch ein paar Leute, welche Fake-Bugs mit einem Emulator gemacht haben. Und jetzt mal im Ernst. Was ist falsch mit diesen Leuten? Ich zeige selbstverständlich nur die Glitches und Bugs, welche auch tatsächlich im echten Spiel zu finden sind. Aber tatsächlich sind nicht alle Glitche schlecht. Es gibt tatsächlich einen Glitch, wo man aus irgendwelchen Gründen unendlich Geld bekommt. Dieser Typ hat diesen Glitch einfach gefunden und hat es rein zufällig geschafft. Also es ist ziemlich cool. Was allerdings nicht so cool ist, ist ein weiterer Bug, dass viele Gegner einen fucking Anfall bekommen und hin und her glitchen, wenn sie auf einen zurennen. Jungs, geht's euch gut? Ein weiterer kleiner Fehler ist auch, dass egal welche Version man von dem Spiel kauft, es manchmal ingame ohne U bei Colors geschrieben wird. Ich meine, ist das echt niemandem aufgefallen? Ein weiteres großes Problem, welches viele haben, ist, dass das Spiel es macht wie ich, wenn ich zu viel Alkohol getrunken habe. Es stürzt ab. Richtig! Ey, das ist nicht kaputt! Bei einem User stürzt das Spiel beispielsweise immer ab, wenn er Metal in Asteroid Coaster besiegt. Okay, so I just cleared Rival Rush. Are you fucking kidding me? Das muss so frustrierend sein. Die Metal Sonic Races sind nämlich gar nicht mal so einfach. Das krasse ist, Nintendo weiß selber, wie fucking verbuggt dieses Game für die Switch ist. Deswegen bieten sie mittlerweile freiwillig einem an, dass man das Spiel umtauschen kann, wenn man keinen Bock mehr auf das Game hat. Das ist... Bruder, das ist so sad. Hier ist aber ganz wichtig zu erwähnen, dass auch wenn Blind Squirrel Games die Developer sind, sie hier nicht die Hauptschuldigen tatsächlich sind. Ein Twitter-User hat sogar diese ganze Situation vorhergesagt. Er sagte, zum einen machen Blind Squirrel Games eigentlich keine Switch-Spiele und zum anderen haben sie eine ganz andere Arbeitseinstellung als Sega. Sie stehen für eine gute Work-Life-Balance, während Sega eher auf alles rausdrücken und Nächte durch Crunchen steht. So wie ich. Deswegen war Blind Squirrel Games eigentlich echt nicht das Studio für Sega. Klar, am Ende sind Blind Squirrel Games dennoch die Schuldigen, weil sie zu etwas zugestimmt haben, was sie nicht packen konnten. Aber Sega ist dennoch alles andere als unschuldig an der ganzen Situation. Ich meine, wenn ein Twitter-User im Juli das vorhersehen konnte, dass das Studio nicht für Sega geeignet ist und dieses ganze Crunchen nicht packt, warum Sega nicht auch selber? Um das Ganze hier einfach mal abzuschließen. Solltest du dir das Spiel nun kaufen oder nicht? Nun, nein. Nein, solltest du nicht. Das Spiel ist offensichtlich alles andere als fertig und hätte noch ein wenig Zeit gebraucht. Besonders von der Switch-Version sollte man die Finger lassen, bis es dann hoffentlich alles irgendwann halbwegs gepatcht sein wird. Ich würde auch eigentlich sehr gerne sagen, dass man bei den Playstation-PC- und Xbox-Versionen zuschlagen kann. Ich meine, ich persönlich hatte bei meinem Playthrough keine schwerwiegenden Glitches oder Bugs. Also, abgesehen von den Sound-Problemen und einigen Malen, wo ich durch den Boden gebackt bin oder kleine grafische Fehler hatte. Aber nichts, was Game-Breaking wäre. Aber jetzt wegen der Gefahr, dass man, nachdem man die 100% geholt hat, plötzlich seinen kompletten Spielstand nicht mehr spielen kann, weil er fucking gebankt ist, würde ich noch auf den großen Patch warten. Sobald dieser große Patch dann endlich da ist, würde ich auf jeden Fall zuschlagen. Sonic Colors ist immer noch ein gutes Spiel, aber nicht in diesem Zustand. Wenn ihr bis hierher geschaut habt, würde mich ein Like und maybe sogar ein Abo für mehr Gaming- und Sonic-Content freuen. Den Like brauche ich für die Sonic-Fanboys, die bei jedem negativen Kommentar über den Igel den Dislikehammer auspacken. Stop! Heddy! I'm Sonic! Folgt mir auch gerne auf Twitch, da streame ich aktiv. Link in der Beschreibung. Jetzt zeig mal, was ich drauf ist. Bis ansonsten war's das bei mir auch. Peace! Ariel Talk, Sega bitte macht bei Sonic 2022 nicht diesen Bruder...